Was geht ab, geilen Schniddels. Willkommen zurück zu der neuen Folge Trials. Mit dabei sind Käsepizze. Und ich, der Bram. Käsepizze, Mo. Guten Tag. Melo. Hoffentlich ist diesmal keine Map dabei, die kaputt ist. What? Choose your destination. Äh, Ark. Äh, äh, äh. Was hab ich gechoost? Also ich hab Aqua gechoost. Ne, ich nehm Magma. Ach so, man kann irgendwann mal auch Gas geben. Das ist ja geil. Hä? Ja, du fährst dann in dieses Portal. Du fährst dann in dieses Portal und... LOL, kommst dann irgendwo in der Magma-Gegend raus. LOL. Also ich fahr unter Wasser. Ja, ich fahr im Himmel. Ich fahr Magma. Ich fahr auch Magma. Ich frag mich, ob die Maps gleich sind quasi. Das frag ich mich gerade auch. Habt ihr am Anfang direkt so ein Looping, den man fahren muss? Das ist schon schwer, der Looping. Find ich zumindest. Hast du den geschafft, Bram? Wow. Ja, sicher hab ich den geschafft. Oh ja, jetzt hab ich ihn geschafft. Oh no. Fuck ey. What? The fuck? Fährt noch irgendjemand Magma? Ja, ich. Ja, Bram und ich. Äh, ich mein, äh, Aqua. Hey. Ne. Ich bin der Einzige, der äh, Luft fährt. Alter, das ist mega schwer. Ja. Wir gucken ja nicht weiter, ey. Das ist für mich. Das seh ich eigentlich, Bram nicht. Ah doch, Bram ist beim nächsten Check, Bram schon. Du kennst mich doch. Oh no. Ich glaub ich seh ich das schaffen werd. Nein. Das ist doch gay schon wieder. Ja, das nicht. Doch, das ist doch alles gay. Okay. Hopp. Oh noi. Wow. Cool, ich häng an der Stelle fest und kann ihn ja da durch. Huiiii. Der Checkpoint. Der Checkpoint ist schlecht gesetzt worden. Ziel. Ja, jetzt kann ich Jay, ne, ich guck Peter grad zu. Huiiii. Voll geil. Kennst du das oder ist das was anderes? Ah, ne. Bei uns ist das was anderes. Ah, okay. Zepp macht das jetzt auch. Huiiii. Nee, bei mir ist das nicht machbar. Gucken wir mal Jay zu. Ja, das ist nicht machbar. Klar ist das machbar, da kommst du auf jeden Fall rüber. Nee. Du musst einen Bunny Hop machen. Ja, guck mal, so fast. Na, zu früh. Nee, ich muss danach ein Looping machen. What? Achso. Ja, dahinter ist ein Looping. Wow. Bam. Okay. Keine Ahnung, ob das irgendwann machbar ist. Ich fand das cool. Gerade nicht. Bei Jay war das nicht machbar. Ich fand das auch witzig. Ich find die Idee cool, aber ich spiel lieber die gleiche Strecke wie ihr. Ja, das stimmt. So, Trash Planet. Aber jetzt haben wir noch ne andere hier. Trash Planet, genau. Trash Planet. Trash Planet. Trash... Oh, 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 oh. So nicht, Schnucki. Ne. LOLL! Was ein Wichser! Jetzt frag ich mich, was der gemacht hat angeblich. Freil mir auf, ey. Ich mag die Perspektive schon nicht. Drüber gekommen. Nein, ne, ne, ne. Jawohl. Und drüber. Yes! Oh, ne, das war... Oh, davon ist der Sepp. Oh, was ist das? Ich verfolge euch auf Schritt und Tritt, meine Freunde. Da ist irgendjemand gewesen. Einmal durch. Ho, ho, ho. Ziel, da ist es! Jawohl, erster! Echt schon? Ziel? Nice! Oh, Ziel. Oh, zweiter! Ja! Halla, Kito Klatsch heute für Jay, glaub ich. Peter glaub ich auch. Peter, jetzt fahr doch einfach mal da hoch. Peter, gib dir einen dritten Platz. Peter, jetzt fahr einfach mal da hoch. Ich versuche es! Nice, Peter! Jetzt aber! Komm! Jawohl! Jawohl! Du kannst es sogar noch schaffen, glaub ich. Ja, das ist nicht mehr wahr. Da vorne ist das Ziel. Direkt vor dir. Oh mein Gott! 3, 2, 1! Juhuuu! Juhuuu! Was ist da? Jay feilt nach unten, kommentarlos. Und tot. Ich glaub Lakitu fährt gerade für Jay. Ist gar nicht so einfach, wenn die ganze Zeit einen Wind in die Phrase pustet, ey. Ach, ich find das easy. Du hast doch nen Helm auf, Peter! Wirklich, ich hab meinen Helm auf, dann wäre ich das zu dir. Ach so, ja stimmt. Ja habt ihr recht. Ich glaub Jay hat nen Disconnect, der sagt irgendwie nix mehr. Was soll dieses Samsara eigentlich bedeuten? Weiß ich nicht. Okay. Wahrscheinlich Ladescreen oder sowas einfach. Wiii! Leute! Spannend. Das ist natürlich Arsch. Ist ja easy, wenn man weiß wie es geht, wa? Ja. Oh, Leute! Wie macht ihr das gleiche nochmal? Das ist ein Wichser! Oh nein! Peter ist zu nubig für den Scheiß. Peter ist zu nubig für den Scheiß. Jawoll. Oh, die Strecke kennen wir, glaub ich. Peter ist zu nubig, Peter ist zu nubig, Peter ist zu nubig für den Scheiß. Die Stelle hab ich vorher schon nicht gedacht. Peter ist zu nubig für den Scheiß. What the? What the fuck? Komm da nicht hoch. Komm, so! Ja! Jetzt! Jawoll! Easy going! So, und das ist der Grund, liebe Zuschauer, warum ihr mir zuguckt in den Folgen. Das kann sein, Bram, ja. Boah, guck mal, wie einfach das hier ist! Woohoo! Ja, das ist nur diese eine Stelle, die mega scheiße war. Na, ich fand die nächste auch noch scheiße, wenn ich ehrlich bin. Oh nein! Nicht runterrollen! So weit war ich nie. Nicht runterrollen! Nein! Hey! Yes! Oh nein, und dann... Ah, oben darf man aber check pointen. Die nächste ist doch super easy. Okay. Jetzt hab ich mich echt verlassen. Oh, ich hab's geschafft! Wie ihr das gemacht habt, ihr geilen Noodles. Ich hab mich leider weit aus dem Fenster gelehnt. Richtig scheiße. Da kommt nämlich der Zap. Oh, Bram ist da oben? Oh, nice. Oh nein, aber ich komm das letzte Stück nicht. Ich glaub, der hat ein Papp auf. Fuck! Yes! Nö! Warum? Kann nicht wahr sein, weil du so still bist. Hä, wie kommt man denn da hoch? Ja, da hochkommt ist ja nicht so schwer! Ich bin grad ein bisschen angehötet. Wieso, die, man ist doch geil! Weiß nicht. Ich bin grad nicht in Trials-Stimmung. Ich hab euch sofort, ihr geilen Lutscher! Ich ärgert das nicht mal, dass ich halt die ganze Zeit null Punkte hab. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jawoll! Jetzt aber! Lol, du Miser Wichser! Oh, ich hab's auch geschafft! Oh nein! Jawoll! 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 Nein, Bombe! Oh! Ziel! Ja! Erster! Nein! Und, komm schon! Komm schon! Jawoll! Sepp, noch einen Fehler! Abi-Fehler noch, Sepp! Tut mir gefallen! Nein, ich hab's nicht! Jawoll! Ich werd die Bombe! Oh, was? Da oben ist kein Checkpoint? Nee! Nein, Fehler! Noch nicht! Komm schon, Fehler! Nee, Fehler! Jetzt! Komm schon! Du Hure-Ding! Ich hab den Sprung danach nicht geschafft! Nein! Acht Sekunden noch! Na mein Freund! Gott, ich raste auf! Nein! Nein! Ich bin auch schon oben! Na, Feder! Eine Sekunde! Oh, das ist aber schade jetzt! Nein! Uuuu! Was gibt's denn? Ich war auch da oben! Ich hab meine Büsche vollgerotzt! Oh Mann, ey! Oh! Machst du nix! Machst du nix! Muss man aber sagen! Das war eine simple Map, ja! Das müssen wir hier alles erwischen! Wie gesagt, deswegen guckt ihr auch mir zu! Du und nicht einfach mal an! Hahaha! Ich kannte die Map aber tatsächlich auch schon! Die haben wir schon mal gespielt! Ich kannte die nicht! Da war ich aber auch nicht bei! Ich hab die nicht weiter geschafft als halt der zweite Punkt! Ich kannte die auch nicht! Ein bisschen freaky drauf! Was passiert denn jetzt? Ist mega nice oder was? Was passiert denn jetzt hier für ein Quatsch? Alles klar! Ja, das ist ein bisschen freaky! Nee, 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 nee! Unwesentlich! What the f- LOL! Wie? Das war ein bisschen mit Schiss! Ich hab damit gerechnet, dass das anders weitergeht! Oh nein, 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 nein! Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt! Da oben ist glaube ich keiner! Doch, da oben ist einer, wenn du ein bisschen zurückrollst! What?! Alter! Wie fliegt die Kamera hier auf der Map, ey! Die verwirrt mich ja vollkommen! What?! Ach, dann kommen die da runter! Ah, okay! Ja, die ist ein bisschen komisch! Ja! Ruggel-Ruggel! Hä?! Ah, jetzt aber! What?! Warum komm ich denn nicht... Ja, doch! Okay, irgendwas mach ich falsch hier! Hä, du musst doch in den... In das Kind rein, oder wie? Mit Bailout hörst du doch eigentlich auch steigen, oder? Ich komm hier da hoch! Bei mir bleibt der die ganze Zeit da vorne hängen! Ich bin ja direkt bei der Stadt da hoch! Was der meint mit Bailout! Ja, ähm, eigentlich... Ich bin mal abgesprungen! Aber das bringt nichts! Hä? Hä? Wie kommt ihr da hoch? Hä, wann ist das verrückte Tier? Wie kommt denn ihr da instant hoch? Äh, das ist doch nur ne Schräge, Alter! Ja, ohne Witz! Ja, aber da bleibt der die ganze Zeit mit dem Hinterrad hängen! Ey, Bram, Bram, spring mal in die Fresse rein! Ist schon richtig! Und wartet daneben! Habt ihr da so ne grüne Plattform auch? Ah, okay! Oder nur ne gelbe? Äh... Bei der Map! Hä, da ist nur ne gelbe und ne rote danach! Aber die grüne habt ihr nicht! Willa muss ich schon warten? Nee, die verschwindet ja! Du musst weiter nach hinten wahrscheinlich! Also ihr müsst genau die Nase von dem Vieh treffen! So! Normalerweise müsstest du jetzt nicht ewig warten, sag ich jetzt mal! Ah! Later! Ich komm doch nicht hoch! Scheiße, Alter! Wie kommt ihr da instant immer hoch? Oh, ich fall immer auf den Kopf von denen! Lol! Da liegt eine Kackwurst im Kopf! Ja, aber es fährt bei mir nicht hoch! Da bleibt bei mir immer hängen! Komische Map! Okay, Peter, hast du da auch irgendwo Probleme gerade? Kann das sein? Äh, ja! Okay, weil du nämlich nicht so... Aber du fällst, fällst du innen durch die Nase rein oder fällst du dann weiter runter? Nee, du bleibst dann da in der Nase hängen! Ah, okay! Ich finde die Map ist nicht einfach! Ich meine, die Idee ist geil, aber die ist ein bisschen schwierig! Also ich häng häufig an Sachen fest und so, die hat halt auch keinen Flow, aber ist trotzdem geil, was hier so alles passiert! Ja! Ich auch! Oh, lol! Keine Ahnung, ey! Verstehe ich nicht! Muss Gas geben, Jay! Nee, das verstehe ich einfach nicht bei der Map hier! Also... Einfach dich da schräg vorstellen und ganz langsam den Trigger nicht durchdrücken, sondern ganz langsam Gas geben! Ich komm... Der... 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 Bei der gelben Stelle fällt dir die ganze Zeit mit dem Hinterrad immer unter die... Schräge runter! Und bleibt dann da hängen! Also... Ich komm da gar nicht hoch! Also... Weiß ich nicht, ob ich da irgendeinen Fehler mache? Muss ja! Ich hab das noch nicht einmal geschafft! Und ihr habt das halt instant immer gemacht! Deswegen wundere ich mich! Das ist irgendwie bei dir nicht verständlicherweise! Verständlicherweise! Nooo! Schaut ja nicht so schwer zu sein eigentlich, aber... Naja... Nope! Hier ist ein Checkpoint, der... Ganz unglücklich gesetzt ist! Nach dem Looping-Bram, mach das in einem Mal! Drück nicht Checkpoint! Habe ich aber nicht geschafft in einem Mal! Das ist schlecht! Nach welchem Looping? Muss ich da mit Bunnyhop hoch oder so? Bei dir muss eigentlich was Buggy sein! Wer hat's doch gemacht? Keine Ahnung! Ich bin aber da, wo ihr seid! Versteh das nicht! So schwierig war das jetzt eigentlich nicht da, immer hochzukommen! Ach dat meinst du! Ja dat stimmt! Das ist echt irgendwie komisch! Das ist Buggy! Schaffst du dat überhaupt? Bei mir kommt der nie da hoch! Nein! Ich mein bei Jay! Nicht hier, Sepp! Hier ist ein Problem! Wir haben hier ein ganz anderes Problem! Ich weiß nicht wie wir das machen sollen! Jawohl! Ja! Scheiße! Als wir beziehungslos wieder, dass das machbar ist! Ja! Ich bin grad oben auf dem Ball gelandet und bin aber nach hinten runter gerutscht! Weil ich nubig war! Ich sammel mal ne! Ich sammel mal ne! Oh! Ne! Wie hab ich das denn grad gemacht, dass ich so weit geflogen bin? Das ist eine gute Frage! Jetzt frage ich mich auch wie du das gemacht hast! Oh es ist tatsächlich machbar! Da ist aber einer drauf! Tatsächlich machbar! Ja, aber wie hast du das auch gemacht? Weißt du noch, warum du jetzt so weit gesprungen bist? Ja! Ich habe quasi beim Rampe hochfahren gegen die Rampe gedrückt! Ja, aber das ist doch nicht alles, oder? Das ist tatsächlich bei mir der Trick gewesen! Und warte! Mit mehr Anlauf? Ja, ich hab halt vorher beim Hochfahren, also mit mehr Anlauf, genau! Und ich hab vorher beim Hochfahren immer quasi das Vorderrad nach links gezogen! Aber jetzt hab ich das Vorderrad gegen die Rampe gedrückt und dann bin ich weit geflogen! Durchgehend? Das kann ich dir jetzt leider so genau nicht mehr sagen! Okay! Ich hab einfach mein Gefühl benutzt! Scheiße! War das hilfreich, Bram? Also für mich schon! Also das heißt, dass ich das geschafft hab! Du bist doch die ganze Zeit gegen! Aber... Oh, Peter ist eh im Ziel! Oh, jetzt hab ich's auch geschafft! Fuck! Oh nein! Oh, da auch nicht! Nein! Ach komm! Also mit Anlauf muss man noch dazu sagen! Ich hab mit Anlauf genommen! Ja, ja! Was ne kranke Map, eh! Moment! Ich muss mal kurz brauchen, um Jade zu gucken! Nein, Peter! Das werde ich nicht schaffen! Daher wäre viel cooler, wenn Peter zu gucken würde! Ne leid! Ne, dann brauch ich nicht probieren! Drei Sekunden noch! Zwei, eins, GG, Peter! Das sieht bei Jade megakobisch aus, ganz ehrlich! Ich bin da nicht einmal hochgekommen! Ja! Ja! Ahja! Ich bin einfach im Hauptmenü gelandet! Hä? Wir sind einfach im Hauptmenü! Ich bin doch in der Lobby! Ja, also ich auch! In der Lobby bin ich auch! Aber egal! Ich hab gewonnen, oder? Der hat mich nur überholt! Waren das die vier Maps? Ja, dann hat Barben safe gewonnen! Ja! Gut! Wir bedanken euch! Haut rein! Ciao! Tschö! Tschö!